hallo leute heute zeige ich euch die bellfigur pestapokalypse 6 mailorder edition von nuclear blast diese ist auf 500 stück limitiert enthält ein logo patch den es auch nur so in dieser kiste gab das album im digipack meins ist allerdings vom schlagzeuger torturer signiert und ist selbstverständlich so in der form nicht in der box enthalten dann gibt es unter anderem den pest apokalypse gürtel dazu der wohl eine art flockdruck drauf hat die notrationsverpflegung als kleines gimmick und aufbewahrt wird das ganze in einer rostigen munitionskiste mit bellfigur logo